Es freut mich, dass wir heute unser Bibelstudium zum Thema der Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft fortsetzen können. Wir haben uns nun in den letzten Stunden sehr ausführlich mit der Methode Jesu beschäftigt. Wir haben gesehen, dass Jesus verkehrte mit den Menschen. Er kam, er mischte sich unter uns. Er suchte ihr Bestes. Er war selbstlos in seinem Handeln, in seiner Begegnung ihnen gegenüber. Er bewies Verständnis und Anteilnahme. Er begegnete ihren Bedürfnissen. Er gewann ihr Vertrauen. Denn all das tat er zu einem Zweck, nämlich damit er ihnen sagen kann, folgt mir nach. Ihr seht, die Methode soll ja das Herz des Menschen öffnen, dass er mir zuhört. Jesus hat alles getan, damit er jede Barriere entfernt, dass ein Mensch ihm nicht vertrauen kann, damit Jesus ihn dann rufen kann zur Nachfolge. Das Ziel aller unserer Bemühungen muss es sein, den Menschen zu rufen zur Nachfolge Jesu. Aber um jemanden zu rufen zu einer Nachfolge, um all die Anstrengungen zu tun, muss man ja etwas haben, was man ihm anbietet. Kann Jesus sagen, komm und folge mir nach, wenn er nichts hat, was der Mensch braucht? Deshalb ist es ganz klar, Jesus kam mit einem Zweck auf diese Welt. Und er kam, um etwas anzubieten. Aber um das, was er hatte, anbieten zu können, braucht er den Zugang zum Herzen des Menschen. Und jetzt tut er alles, um den Zugang zu finden, damit er am Ende sagen kann, schau, was ich für dich habe. Komm und folge mir nach. Was ist das Angebot Jesu? Es ist ganz einfach. Er sagt es selbst in Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das Leben. Aber nicht nur das Leben, sondern volle Genüge. Wir wissen, dass das Leben allein nicht Sinn und Zweck ist. Das Leben ohne Sinn, das Leben ohne die volle Genüge ist nicht lebenswert. Aber das Leben, so wie Jesus es beschreibt, beinhaltet die Befriedigung aller geistigen und körperlichen Bedürfnisse. Das Leben, das er anbietet, ist mit allem drum und dran, mit dem Sinn, mit der vollen Genüge da dran. Aber wieso kommt er uns, Leben und volle Genüge anzubieten? Haben wir das denn nicht? Offensichtlich nicht. In Johannes 4, 24 sagt Jesus, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, Jesus kommt und bietet etwas an, was der Mensch nicht hat. Der Mensch in seinem Irrtum, in seiner Blindheit denkt, er hat das Leben. Aber ist das Leben mit Sorgen und Plage? Ist das Leben, wo du krank und elend bist? Ist das Leben, wo du zitterst für den morgigen Tag? Ist das Leben mit all den Gefahren, in denen wir heute sind? Können wir das Leben nennen? Sicherlich nicht. Das, was Jesus kam, war uns aus diesem Leben, was letztendlich der Tod ist, zu befreien. Es ist nur ein Leben in einer künstlichen Erhaltung. Oder wie soll ich sagen? Es ist nur künstlich Leben. Es ist nicht wirkliches Leben, was wir haben. Erst durch den Glauben, durch das Vertrauen der Glaube sagt, ich folge ihm nach. Und durchs Nachfolgen komme ich vom Tod zum Leben. So, das Angebot Jesu ist das Leben aus dem Tode. Das heißt, dass ich aus dem Tode zum Leben komme. Tod und Leben. Wodurch unterscheiden sie sich? Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu bringen. Aus dem Tod. Und da wir ja sozusagen lebendig sind, aber dennoch tot, lasst uns ein wenig schauen, was ist es, was uns tot macht. Und das, was uns tot macht, ist die Fensternis. So wird es in der Bibel beschrieben. Es ist der Irrtum. Der Glaube. Eine Lüge ist die Wahrheit. Es ist die Unkenntnis. Ja, die Menschen sind im Tod, weil sie die Gesetze des Lebens nicht kennen. Es ist der Selbstbetrug, dass man nicht sieht, wo der Weg ist. Dass man denkt, man ist richtig und man ist dennoch falsch. Das alles ist Selbstzerstörung. Das ist der Tod, in dem wir uns befinden. Er hat keine Aussicht. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Jeder, der an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wodurch ist das Leben denn gekennzeichnet, das Jesus anbietet? Es ist das Gegenteil des Todes. Dort, wo Finsternis vorher war, ist Licht. Dort, wo vorher Irrtum und Lüge war, ist Wahrheit. Dort, wo vorher Unkenntnis war, ist Erkenntnis. Dort, wo Unklarheit war über uns selbst, ist klare Selbsterkenntnis. Und dort, wo Selbstzerstörung war, ist Lebenserhaltung. Und nun ist die große Frage, wenn Jesus sagt, kommt und folgt mir nach. Hier ist das Angebot des Lebens. Ich soll aus dem Tod zum Leben kommen. Ich soll von hier, hierhin. Wodurch? Was ist es, was Jesus anbietet? Was hat er, das uns aus dem Tod zum Leben bringt? Und das ist das Entscheidende. Es ist seine Botschaft. Wir haben ganz am Anfang dieser Betrachtung gesehen, als wir uns beschäftigt haben mit dem Grund, warum braucht Gott eine Gemeinde auf dieser Welt. Haben wir gesehen, dass die Gemeinde gesetzt worden ist in dieser Welt, um eine Botschaft zu bringen. Weil der Tod, in dem wir uns befinden, ist ein geistiger Tod. Ihr seht, das alles sind geistige Elemente, finsternisiert, um Lüge, Selbstbetrug, Selbstzerstörung. Das sind geistige Dinge. Und aus diesem geistigen Tod müssen wir zu einem geistigen Leben herauskommen. Und da es um eine geistige Sache geht, ist das Mittel, was benutzt wird, um aus dem Tod zum Leben gekommen, die Botschaft. Was soll es denn sonst sein? Die Bibel sagt in Offenbarung 14, 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel in der Mitte des Himmels fliegen, der hatte den Bewohnern der Erde, alle Nationen, Stimmen, Sprachen und Völken, ein ewiges Evangelium zu verkündigen, eine Botschaft. Er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und das Wasserquellen gemacht hat und so weiter. So, was ist es, mit wem, was Jesus kam, damit er uns das Leben gibt? Er kam mit einer Botschaft. Und ich denke, das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Das, was die Gemeinde ausmacht und ihre Rolle in dieser Welt ist ihre Botschaft. Diese Botschaft ist nicht nur reden und tun, sie ist die Verkörperung eines anderen Lebens. Die Gemeinde Gottes auf dieser Welt hat eine Aufgabe und ihre Aufgabe ist, den Menschen aus dem Irrtum zum Licht zu bringen. Dafür hat sie nur eine Botschaft und einen Lebensstil, und als Jesus kam und sagte, kommt und folgt mir nach, musste er ja eine Botschaft haben, damit überhaupt jemand nachfolgt. Er musste doch das Angebot des Lebens haben und dann sagen, das folgt mir nach, beinhaltet eine Botschaft. Ist nicht einfach, komm hinter mir her. Weil wie soll ich ihm heute folgen? Wo soll ich auf seinen Fußstapfen gehen? Das sind doch nur Bilder für eine Botschaft. Kommt und folgt mir nach. Ist, folgt meinem Wort. Folgt meiner Botschaft. Die Botschaft ist es, was den Unterschied ausmacht. in dieser Welt. Deshalb wollen wir uns das Gleichnis, das, was Jesus hier vom guten Hirten erzählt, anschauen. Und da gibt es ein besonderes Merkmal. Etwas, was besonders hervortritt oder was Jesus in diesem Gleichnis hervorbringt. Und das ist die Stimme des Hirten. Und er sagt so, dass wenn der Torhüter die Stimme hört, tut der Torhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin und die Schafe folgen ihm nach. Das ist das Bild eines Hirten und eines Schafsherden. Warum folgen ihm die Schafe nach? Denn sie kennen seine Stimme. Und nun kommt etwas Interessantes in diesem Gleichnis, was auch mir so vorher nicht so aufgefallen ist, aber beim Studium ist es mir aufgefallen. der Kontrast. Jesus sagt einem Fremden, aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen des Fremden Stimme nicht. Das gibt und gibt mir großen Trost. Das bedeutet, die Schafe kennen den Unterschied zwischen dem wahren Hirten und dem falschen Hirten. Die Schafe wissen, wem sie nachfolgen, entsprechend der Stimme des Hirtens. Und es ist erstaunlich, dass die, die nicht zur Herde gehören, ihm nicht folgen, das heißt dem Fremdling. so, am Ende dieses Gleichnis steht hier geschrieben in Vers 6, dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, was er ihnen sagte. was sagt dieses Gleichnis aus? Was ist die Stimme des Hirten? Was ist die Stimme des Hirten? Haben wir das verstanden heute? Es gibt viele Menschen, die lesen dieses Gleichnis und sie lesen und hier das meine Schafe hören, meine Stimme. Geht es darum, dass wir eine Stimme hören? Geht es darum, dass wir irgendwo, wenn wir die Bibel lesen, eine flüsternde Nachricht empfangen? Weil viele sagen, ich kenne die Stimme nicht. ja, wenn man das Gleichnis nicht versteht, könnte man hier meinen, es geht um meine Stimme. Aber wir haben vorher gesehen, dass es im Gleichnis nicht um meine Stimme geht. Vielleicht lesen wir es kurz durch. Er sagt, der Dieb kommt um zu stehlen. Vers 11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der Nicht-Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling flieht, der ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch diese muss ich herbeiführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. So, da ist eine Menge zum Nachdenken in in diesen paar Bibeltexten. Jesus ist der gute Hirte, weil der Vater ihm die Herde anvertraut hat und er ist kein Mietling. Er identifiziert sich mit dem Eigentum seines Vaters. Er läuft nicht weg. Er sagt hier, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder zurück nehme. Niemand nimmt es von ihr, sondern ich lasse es freiwillig. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und jetzt entsteht wegen dieser Worte wieder eine Zwietracht unter den Juden. Viele unter ihnen sagen, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr ihm zu? Die anderen sagten, das sind nicht Worte eines Besessenen, kann ein Dämon etwa die Augen der Blinden öffnen. Es war gerade das Fest, der Tempel war in Jerusalem und es war Winter und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm, wie lange hältst du uns noch im Ungewissen? Bist du der Christus? Dann sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt es nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, die zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. So, die Stimme des Hirten. Was macht den Unterschied aus, dass die einen hören und die anderen nicht? Die einen glauben und die anderen glauben nicht. Heißt es, dass die Schafe schon vorher bestimmt sind, in welcher Herde sie sind? Man könnte das, wenn man oberflächlich liest, meinen, dass die Pharisäer und Schiff Gelehrten nicht in der Herde waren. Sie waren nicht die Seine, sagt er, sonst würdet ihr mich ja erkennen. Aber was macht den Unterschied aus? Und da müssen wir uns wiederum einen Blick hineinwerfen in das Innerste des Menschen, dort wo das Herz, wo die Not ist. Und wir erinnern uns an die letzte Stunde, dass es nur zwei Wege gibt. Alles, was der Mensch tut, tut er aus Vertrauen. Und entweder er tut es auf Vertrauen auf Menschen und dann gibt es diese Reihenfolge von Ereignissen oder er tut es im Vertrauen auf Gott und dann gibt es diese Reihe an Ereignissen. Und wenn ihr aufmerksam seid, dann gibt es etwas auf dieser Seite. Das ist der Tod, ihr seht das Schwarze, das ist der Irrtum, in dem der Mensch lebt. In diesem lebenden Irrtum verlässt der Mensch sich auf sich selbst. Und er verlässt sich auf sich selbst und ist blind, weil er kein Gesetz hat, nach dem er sich richten kann. Und die Pharisäer und Schriftgelehrte, die Menschen, die Jesus nicht annehmen, sind nicht die Menschen, die von vornherein ausgesucht werden, ihn anzunehmen oder nicht anzunehmen, nein, es sind die Menschen, die sich bei dem Licht, das kommt, bei der Botschaft, die Jesus für uns hat, nicht willig sind, ihm zu folgen. Hier gibt es einen Unterschied. Und die große Not ist, dass wir alle ja hier starten, hier in der Gesetzlosigkeit, nicht wissens, wo der Verlust und wo der Gewinn ist, nicht wissen, wo wir ja und wo wir nein sagen, unsere Entscheidungen führen uns in Irre und wir kommen in eine Sackgasse, wo wir keinen Ausweg haben. So, das Schaf, das auf Jesus hört, hört auf seine Botschaft. Es folgt seiner Botschaft. Und da das Problem des Menschen im Herzen des Menschen ist und das Leben aus dem Herzen kommt und der Tod auch aus dem Herzen ist es ganz klar, dass Jesu Botschaft sie immer fast ausschließlich um das Herz des Menschen dreht. Er möchte uns klar machen, wem wir vertrauen, nach welchem Gesetz orientieren wir uns. So, der Schlachtplatz ist das Vertrauen, dem ich vertraue, dem folge ich nach. Und die Juden haben schon lange bevor Jesus kam ihre Herzen verstockt. Sie waren hier so verblendet in der Gesetzlosigkeit, dass als er kam, sie ihn nicht erkannten. Wären sie aber nicht in der Gesetzlosigkeit verharrt, sie hatten ja die Tora zur Hand, sie hatten die Schriften Moses da. Aber sie lasen sie und verstanden sie nicht. Paulus sagte, sie haben eine Decke über dem Kopf. Warum? Weil sie nicht annehmen, was sie lesen. So, diejenigen, die die Botschaft annahmen, die Jesu kamen, geben, waren die, deren Herzen noch nicht verstockt war, die auf der Suche waren. Und so gab es für sie eine Lösung, so sie der Stimme der Botschaft Jesu gehorchen. Heute hat die Gemeinde eine Botschaft und das ist das, was wir verstehen müssen aus der Stimme des Hirten. Was ist die Stimme des Hirten mit anderen Worten, was ist seine Botschaft? Was ist seine Botschaft, damit wir sie verkündigen können? Weil ihr seht, das, worum es geht, ist die Botschaft. Was, wodurch komme ich denn vom Tod zum Leben und es ist durch eine Botschaft und der Hirte, der Mietling hat nicht die richtige Botschaft, deshalb hören ihm die Schafe nicht zu. So, was ist im Wesentlichen die Botschaft des Hirten? Sie ist das Gesetz. Es ist das Gesetz des Zehn Gebote, weil sie steuern das Leben des Menschen. Wenn er gekommen ist, das Leben anzubieten, dann muss er das anbieten, was ihnen zeigt, dass sie auf dem falschen Weg sind. Die Botschaft Jesu muss zwei Dinge erreichen. Sie muss zeigen, dass wir auf dem falschen Weg sind und wir folgen ihm nach. Solange wir nicht wissen, wir sind im Tod, solange wir unser Elend nicht sehen, hat seine Botschaft zum Leben zu kommen keine Bedeutung. Weil wir werden sie nicht annehmen, weil wir denken, wir sind im Leben, wir wissen heute das Gesetz in der Botschaft. Wo finden wir es? Wenn wir uns das Herz anschauen, dann wissen wir, im Herzen ist die Gesetzlosigkeit oder das Folgen dem Gesetz. Und ich habe das ja immer wieder versucht zu erklären, in allen Vorträgen, die ich auch über die Gesundheit Wir müssen wissen, das Leben geht aus dem Herzen und dort, wo wir wissen, wie das Gesetz läuft und das Gesetz erfüllen können, gibt es keine Krankheit, gibt es keine Not. Jeder Mensch, der in der Erfüllung des Gesetzes lebt, ist ein freies Wesen im Geist. Man könnte sagen, im Großen ein freies Wesen und ein gesundes Wesen im Körper. So die Stimme des Hirten, seine Botschaft ist zuerst das Gesetz und dann ist es die Gnade. Die Mietlinge, die falschen Hirten, sie haben eine Dysbalance. Sie betonen entweder das eine und lassen das andere aus. Und es gibt heute kaum Menschen, die so sehr aufs Gesetz pochen weil das ist für alle so ein bisschen der erschwerlichere Weg. Aber der erleichternde Weg ist, wenn man das Gesetz weglässt und auf die Gnade schaut. Was für eine schöne Sache. Die Gnade macht uns frei. Und dann kommt es auch noch, dass sie uns frei macht vom Gesetz. Und man sieht nicht, dass die Gnade uns frei macht, dass wir dem Gesetz gehorchen können. Die Gnade macht uns nicht frei, in der Gesetzlosigkeit zu bleiben. Nein, die Gnade macht es möglich, dass mein Herz wieder tun kann, was ich tun soll. So, die Gnade ist das Heilmittel. das Gesetz ist das, was mir die Augen öffnet, zu sehen, meinen Zustand, in dem ich bin. Wenn ich als Arzt mit meinen Patienten spreche, was habe ich denn, um ihnen zu helfen, dass sie sehen, warum sie krank sind? Ich habe doch nur das Gesetz. Ich habe das Gesetz, was ich ihnen erklären muss, welches die Lebensfunktionen steuert. Die grundlegenden Lebensfunktionen sind in unserem Herzen, sind Nehmen und Geben und sie steuern alles in unserem Leben. Die grundlegenden Lebensfunktionen sind nur Nehmen und Geben und sie sind in unserem Herzen und das Gesetz steuert und es sagt uns, wo soll ich nehmen und wo soll ich geben. Es gibt vor das Geben und das Nehmen von wo und es gibt vor wo soll ich nicht nehmen. Und wenn wir jetzt die zehn Gebote uns so ein bisschen anschauen und gehen sie durch, dann werdet ihr sehen, wo soll ich nehmen und wo soll ich nicht nehmen. Und ihr werdet sehen, dass dieses Zeichen hier, das nicht nehmen. Das häufigste ist, vorkommt. Wenn wir das erste Gebot nehmen, dann steht es, ich soll keinen anderen Gott haben, neben dem, der mich geschaffen hat. Und das erste Gebot ist ganz klar ein Gebot des Nehmens. Meine Anbetung zu Gott ist eine pure Handlung zu nehmen. Und damit Gott das klar macht, Gott das klar macht, dass ich ihm nichts zu geben habe. Eines der schweren, sehr schweren Begriffe heute in unserem Leben. Wir denken, wir haben, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dass diese Beziehung zu Gott eine Nehme- und Gebebeziehung ist. Also ein Hin und Her. Und Menschen kommen und sagen, Gott hat uns geschaffen, damit er ein Gegenüber hat. Weil sonst könnte er ja nicht leben. Er braucht jemanden, den er liebt und jemand muss ihn ja zurücklieben. Das ist der tiefe Irrtum unseres Herzens, dass wir denken, dass die Beziehungen ein Hin und Her sind. Das Gesetz des Lebens ist ein Kreislauf. Es ist eine Einbahnstraße. Es ist keine Hin und Her Straße. Deshalb ist das Verständnis des Gesetzes und der Lebensfunktionen so entscheidend für uns. Deshalb hören die, die das Gesetz verstehen, auf die Stimme Jesus und folgen ihm nach. Und die, die das Gesetz nicht verstehen, die folgen ihm nicht nach. Weil sie meinen, sie bleiben lieber im Irrtum. Sie bleiben lieber in der Blindheit. Das Gesetz muss mir die Augen öffnen, dass das Gesetz des Lebens ein Kreislauf ist. Es ist eine Einbahnstraße, um das deutlich zu machen. Es ist ein Nehmen, ein Kanal geht nur in eine Richtung. Ich nehme von Gott, damit ich gebe. Das Wasser kommt aus dem Meer und es geht in den Kreislauf des Wassers hinein und es kommt wieder zum Meer zurück. Es macht auf diesem Weg immer dasselbe. nimmt und gibt weit. Aber es ist da, um zu geben. Es ist kein Hin und Her. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das Gesetz, es würde uns aus allen unseren Krankheiten herausholen, würden wir erst mal verstehen und sehen und wollen durch die Gnade dann aus dieser Not herauskommen. So das erste Gebot sagt, hier sollst du nehmen. Deshalb ist das Nehmen so ein großer Fall. Weil hier spielt sich der Kampf ab. Würden wir wissen, wo wir nehmen sollen, wäre das geben. Selbstverständlich wohin? Hätten wir verstanden die Gesetzmäßigkeit des Kreislaufs, der nur in eine Richtung geht, der keine zwei Richtungen hat und nicht haben kann, weil das Gesetz es nicht erlaubt. so das Gesetz Gottes sagt im zweiten Gebot, sein langes Gebot, dass wir nehmen sollen von Gott, aber vor allen Dingen sagt es nicht nehmen von einer anderen Stelle. Betet keine anderen Götter an, weil was können, könnt ihr von denen holen? Oh, wir können, aber was können wir von denen holen? Als Elia auf dem Berg kam, stand und Baal war ja der Gott des Wassers und des Wachstums und sie alle glaubten, der Baal gibt ihnen den Regen. Warum hat Elia gewählt, dass der Regen aufhört? Weil das war ein totaler, ein direkter Angriff auf den Gott Baals der kann kein Regen euch geben, damit etwas wächst. Warum konnten sie, haben sie den ganzen Tag gebetet, um was zu geben dem Baal oder vom Baal etwas zu bekommen und etwas zu nehmen und es gab keine Antwort. Wozu sind die Götzen da? der Mensch hat sie doch damit sie ihm was helfen. er denkt, er gibt ihnen etwas, er bringt ein Opfer da und so ist Gott jetzt verpflichtet oder der Götze dir zu helfen. Oh meine Lieben, lasst uns das klar machen. Lasst uns das für alle Male endlich mal verstehen. Einen Gott hat man, weil man ihn braucht, umzunehmen. Man hat einen Gott nicht, um etwas zu geben. Gott braucht nichts. Meine Dankbarkeit ist dafür, dass ich nehmen kann und meine Dankbarkeit ist nicht ein Geben. Sie geht nur zurück in den Kreislauf. Sie hilft mir am allermeisten, weil ich dankbar bin, dass ich habe das Brot, das ich essen kann. So lasst uns das klar und deutlich verstehen. Das Gesetz sagt, ich muss von Gott nehmen und ich sollte von keiner anderen Stelle nehmen außer von ihm, weil der Baal hat kein Wasser und er kann keinen Regen senden. Er existiert nicht, er kann nichts. Du kannst ihm natürlich Opfer bringen, du kannst machen, was du willst, aber du tust es umsonst. Wenn Gott in der Bibel sich vergleicht mit den Göttern, sagt er, wann können eure Götter euch irgendwann mal beistehen und helfen? Sie sind es doch nicht in der Lage. Und dann haben wir das dritte Gebot und das dritte Gebot sagt, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das bedeutet, du sollst nicht so tun, als ob du von mir nimmst, aber letztendlich einen anderen darstellst. Hier das zweite Gebot, das dritte Gebot warnt uns. Es warnt uns, nicht nehmen von einer anderen Stelle, nicht tragen einen anderen Namen, während du meinst, du trägst mich. Es ist so eine große Katastrophe, das Jesus sagte zu dem Volk damals, Jesaja hat richtig von euch geweiss sagt, mit euren Lippen bekennt ihr mich oder bekennt ihr, dass ihr gottgläubig seid, aber in eurem Herzen seid ihr ferne von mir. Das ist die Diskrepanz der heutigen Religion. Wir haben ein Lippen Bekenntnis, wir verleugnen jedoch im Herzen, in unserem Tun, das Gesetz. Wir haben es so, wie die Bibel schreibt, einen Anschein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft verleugnen wir, weil wir nehmen voneinander, wir leben im Hin und Her. Wir leben voneinander, es ist ein Geben und ein Nehmen, so denken wir. Wir denken, das Leben ist ein Gegenüber, Beziehungen sind ein Gegenüber, ja, aber jeder tut in der Beziehung immer dasselbe, er nimmt aus dem Kreislauf und gibt hinein. Das vierte Gebot ist ein klares Gebot des Nehmens. Es ist ein klares Gebot an wen soll ich anbeten, von wem lebe ich, wer hat mich geschaffen. Das vierte Gebot hat eine sehr tiefe Bedeutung. Es beweist, wer in die Sabbatruhe eingeht, ist der, der an Gott glaubt, der ihm vertraut, um zu nehmen. Das Nehmen, meine Lieben, ist das Entscheid. Ich muss wissen, wo ich nehmen soll und wo ich nicht nehmen soll. Wenn wir jetzt die andere Tafel sehen, die anfängt mit dem fünften Gebot, das einzige Gebot, was uns sagt, dass wir was geben sollen. Ehre Vater und Mutter, damit es dir wohlgehe und du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott gibt. Wisst ihr, wie schön es ist, zu wissen, die Bibel sagt, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, weil hier zeigt es sich, wo du nimmst. Deshalb, da das Ziel des Lebens ja das Geben ist, ist es deutlich, dass wenn wir das tun können, wenn unsere Eltern ehren, es fängt ja alles dort an in der Familie, dann können wir alles andere auch. Und dann haben wir fünf Gebote hier auf dieser Tafel. Alle fünf sagen, nicht nehmen, von einem Menschen. Nicht nehmen auf einen Menschen. Wir haben also sieben Gebote, die uns das Nehmen verbieten von einer anderen Quelle. Sieben Gebote verbieten uns das Nehmen aus einer anderen Quelle außer Gott. Wir haben zwei Gebote, die uns sagen, wo wir nehmen sollen. Wir haben ein Gebot, das uns sagt, hier gib. Gott weiß ganz genau, was er tut. Der große Kampf ist von wo nehmen. Unsere Krankheiten kommen, weil wir nicht im Gesetz sind, weil wir denken, die anderen schulden uns etwas, weil wir geben, um zu bekommen, weil wir denken, der andere muss mich lieben, der muss mich respektieren, der andere darf sich nicht das Leben nehmen, der andere darf das oder jenes nicht tun. Ich verstehe das nicht, was der andere tut. Nein, der darf tun, was er will. Unsere Abhängigkeit zum Nehmen von einem anderen Menschen ist unser Schicksal. Das Gesetz ist mein Hilfsmittel, um zu zeigen dem Kranken, dass er sich irrt. der Irrtum in unserem Herzen, das Verlassen auf uns selbst, ist das Denken, ich handle aus mir selbst, ich muss nicht nehmen. Ja, ich bin nicht gemacht, um zu nehmen, ich bin gemacht, um zu geben, alles in der Natur ist gemacht, um zu geben, aber im Herzen des Menschen, der große Konflikt geht um die Nehmestelle. immer hat Gott gesagt, ihr betrügt mich. Die Ehe wurde als Symbol genommen zwischen Gott und dem Menschen und Gott sagt, du gehst fremd, weil du gehst, um von einem anderen zu nehmen. Götzendienst ist die Übertretung dieser sieben Gebote, das heißt die Übertretung, dass ich irgendwo mich ernähre, mich orientiere, außer an Gott. Das ist die klare Wahrheit. Wir Menschen sind uns dessen nicht bewusst, weil im Irrtum unseres Herzens sehen wir nicht, wo wir nehmen. Deshalb dieser große Pfeil des Nehmens. Hier ist der Kampf. Würden wir nämlich hier das Wissen von wo nehmen, wäre das hier selbstverständlich. Wir würden nichts von unseren Eltern fordern. Wir würden nur wissen, wir sind für unsere Eltern da, nicht unsere Eltern für uns. Der Egoismus sagt, die Eltern sind für uns da. Wir müssen das doch verstehen. Wir sind da für unsere Eltern. Haben die Eltern uns gegenüber Verpflichtungen? Das Gesetz sagt nichts davon. Die Eltern haben nur eine Verpflichtung Gott gegenüber, aber nicht uns gegenüber. So lasst uns das klar machen. Würden wir dieses grundlegende Gesetz der Lebensfunktionen verstehen, dann wären wir die Gemeinde, die eine Botschaft hat an diese Welt. Sonst haben wir keine Botschaft, weil alle anderen Botschaften sind alle gleich. Alles ist identisch, es geht nur, entweder nehme ich von Gott und gebe an den Menschen, entweder ich bin eine Einbahnstraße oder ich denke, ich bin auf einer Hin- und Herstraße. Es gibt nur diese zwei Botschaften, es gibt nur diese zwei Arten von Hirten. Der eine lässt dich im Betrug und wenn der Feind kommt, lässt er dich liegen. Er sagt nicht, wo der Weg ist in die Wahrheit. Er lässt dich im Irrtum und der andere kommt und verkündigt dir die Wahrheit. Das Allerwichtigste, denke ich, was wir verstehen müssen, ist als erstes, bevor wir die Gnade Gottes annehmen, die uns befreien kann, damit wir dieses Gesetz halten können, weil wir können es nicht halten durch den Irrtum. Durch den Irrtum nehmen wir immer vor einer anderen Stelle. Wir denken, wir geben von uns und damit sind wir in einem völligen Chaos. Das Gesetz kann uns helfen zu sehen das Chaos, in dem wir sind und die Gnade Gottes entfernt den Irrtum aus dem Herzen des Menschen, damit wir das Gesetz wieder halten können. Gesetz und Gnade sind verbunden. Es gibt keine Lösung. Wenn wir eines Tages das Gesetz halten können, wenn eines Tages der Irrtum aus unserem Herzen völlig gekreuzigt ist, dann brauchen wir keine Gnade mehr. Weil die Gnade ist nur da, weil wir das Gesetz nicht halten können. Die Gnade ist da, um uns zu befähigen, dieses Gesetz wieder zu verstehen und umzusetzen. Das ist die Stimme des Hirten. Die Stimme des Hirten ist keine Flüsterstimme, sie ist keine Idee, sie ist eine Botschaft. Wenn Jesus sagt, kommt und folgt mir nach, dann hat er eine Botschaft, mit der er an uns herankommt. Und es ist eine Botschaft an jedes Herz. Jeder von uns lebt in der Gesetzlosigkeit. Er kann das Gesetz Gottes nicht erfüllen. Er hat keine Fähigkeit, dieses Gesetz zu erfüllen, deshalb lebt er im Tode. Und er kommt und bietet mir die Gnade, damit der Irrtum aus dem Menschenherzen gekreuzigt wird, damit das Gesetz, das die Lebensfunktionen steuert und in alle Ewigkeiten steuern wird, wieder gehalten werden kann. So, die Frage an dich, hast du es verstanden? Bist du ein Schaf in der Herde oder in der Herde des Herden Jesu Christi? Dann wirst du erkennen seine Stimme. Du wirst seine Stimme erkennen an seiner Botschaft, die die Wahrheit verkündigt, die nicht einseitig ist, die nicht den Menschen vergaukelt und sagt, hier, das Kreuz hat dich befreit vom Halten des Gesetzes. Du kannst es leben, wie du willst, du kannst es ja sowieso nicht halten, der Irrtum kann nicht entfernt werden und dann wirst du in deinem Irrtum bleiben und du wirst krank sein und nicht nur krank, sondern auch verloren gehen, weil das Gesetz kann nie verändert werden. Die Lebensfunktionen, wie sie gemacht worden sind, sind nicht veränderbar. Nehmen und Geben existiert, seitdem Gott angefangen hat zu schaffen und zu schöpfen, also Dinge zu schaffen und alles funktioniert danach. Es ist das grundlegende Gesetz des ganzen Universums, des allen dessen, was existiert und es wird sich nie ändern, es wird nie eine Zweisamstraße sein, es wird immer eine Einbahnstraße sein, weil Gott eine Einbahnstraße ist. Er hat nur Geben, er braucht nichts Nehmen. Die Beziehung zu ihm ist eine Nehmebeziehung von meiner Seite her. Von seiner Seite ist eine Gebeseite. Er gibt dich nehmen. Aber ich nehme es nicht, damit ich es ihm zurückgebe, sondern ich nehme es, damit ich weitergebe für den Zweck, für den er mich gemacht hat. Und dann die Frucht ist die, die dann Gott wieder zugute oder Freude macht. Er braucht es ja letztendlich nicht. Aber es läuft nun mal so. Beziehungen haben wir zu einem Zweck. Alle unsere Beziehung zu Gott ist eine reine Nehmebeziehung. Alle Beziehungen zu den Menschen ist eine reine Gehmebeziehung. Das ist eine Einbahnstraße. Ich bin ein Kanal. Und ich hoffe, wir verstehen das. Wenn wir es nicht verstehen, verstehen wir die Botschaft unseres Hirten nicht und werden ihm nicht nachfolgen. Und dann werden wir ein falsches Bild haben von dem Evangelium, von der Gnade, von dem Kreuz und werden denken, etwas, was uns in Irrtum beibehält. Und wir werden vor allen Dingen die, die Botschaft bringen, werden sie so handeln wie mit Jesus. Was haben sie getan? Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Weil diese Botschaft ist die Botschaft, die vom Tod zum Leben führt. Sie wird bekämpft werden, ganz klar, weil wir haben ja einen Feind. Der Böse will nicht, dass das verkündigt wird. Er will nicht, dass wir verstehen unsere Verantwortung. Und wir werden entweder die Stimme unseres Heilandes gehorchen und zu seinen scharfen gehören und nachfolgen. Oder man ist der Feind des Hirten und der Feind der Schafe. Ich möchte nie mit meinem Hirten in eine Diskrepanz kommen. Er hat mir klar gemacht und ich möchte seiner Stimme immer folgen. Es ist seine Botschaft, des Gesetzes und der Gnade. Er zeigt mir meine Not, wie mein Irrtum mich betrügt und mich zur Gesetzlosigkeit verleitet. Und er zeigt mir seine Gnade, die mich aus dem Irrtum herausholt und mich wieder fähig macht, nehmen und geben richtig zu tun, damit ich meine Verantwortung, mit dir ich geschaffen wurde, Ogerfülle. Willst du Jesu nachfolgen? Es ist immer eine Nachfolge seiner Botschaft. Nicht sozusagen, wie man heute sagt, ich folge Jesu nach. Das sagt nichts aus. Ein Jesus ohne eine Botschaft ist kein Jesus. Jeder, der behauptet, er folgt Jesu nach, muss das zeigen, ob er die Botschaft Jesu verstanden hat und ihr nachgibt. die Gemeinde Gottes ist in dieser Welt, damit sie eine Botschaft verkündigt und die ist das Evangelium vom Gesetz und von der Gnade. Willst du ihr folgen? Ich möchte es tun und will eines Tages völlig in diesem Gesetz sein, eines Tages völlig in dieser Liebe Gott, damit die Gnade auch etwas bewirkt hat in meinem Leben, mich wieder fähig zu machen, so zu leben, wie mich Gott geschaffen hat. Amen.